Als Sie das erste Mal gehört haben, dass wir so ein Projekt machen, was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen? Ähm, es wird interessant. Und es ist sehr... Es ist etwas Neues. Und es wird cool. Haben Sie sich etwas darunter vorstellen? Ja, aber es ist etwas ganz anderes geworden. Aber es ist trotzdem cool. Ich bin der Passenger. Und ich schreie, und ich schreie. Ich schreie durch die Stadt der Backsides. Ich sehe die Stars kommen aus der Skye. Ja, die Brighten und Hallowen Skye. Sie wissen, es sieht so gut aus heute. Ich bin der Passenger. Ich stehe unter dem Glas. Ich schreie durch meine Fenster so brillant. Ich sehe die Stars kommen aus heute. Ich sehe die Brighten und Hallowen Skye. Over the city's ripped back sky. And everything looks good tonight. Singin' la 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 la. Am Hend This is her. Am Hend This is her monge platforms disfrutend. Es waren zwei bis drei Wochen gelassen. Ich habe schon einen Song, den Simon gestern Abend mit der ungeren Text aus dem Ärmel geschüttelt hat, den man heute auch angehen kann. Aufrühren, alle rühren auf. Aufrühren und hinten hoch. Nochmals. Aufrühren, hinten hoch und schlagen. Nochmals. Aufrühren, hinten hoch und schlagen. Alle zusammen. Aufrühren und schlagen. Nochmals. Aufrühren, schlagen. Was haben Sie am ersten Tag von diesem Projekt gedacht? Ich war sehr überrascht. Es hat mich recht fasziniert, wie sich das alles so bewegt hat. Wir wussten nicht, wieso. Dann ist mir herumgelaufen und dann ist plötzlich wieder etwas losgegangen. Ich konnte es mir nicht so gut vorstellen. Und ich dachte, was soll ich jetzt machen? Und ich dachte, nein, so Technik und so. Es hat mich fast ein wenig angeschissen. Ich habe mich einfach überraschen lassen. Und als ich dann in das Schulzimmer eingelaufen bin, wo sich alles Gute Morgen geschraubt hat, bin ich echt verschrocken. Das erste Mal habe ich mir gedacht, Hä? Was soll das so? Ich bin nicht herausgekommen, was damit gemeint ist. Ich weiss nicht, was auf uns zukommt. Aber ich war trotzdem recht glücklich. Man weiss ja nicht, was kommt. Und im Prozess, was hat Ihnen meistens Spass gemacht? Dupe arbeiten und dass man mega kreativ sein kann. Sorry. Oh yeah! Philipp, auf dein Go! Ja. Und Smash! Oh yeah! Ja gut, Elsa. Ja, das ist gut. Führe gegen die Masse gegen das Telekom. Führe schauen, führe schauen, führe schauen! Als mich Jonas angefragt hat, habe ich gedacht, jetzt muss ich zwei Wochen eine Installation bauen und mal schauen, ob ich das kann. Und habe mir mega Sorgen gemacht. Und dachte, yes, das geht. Können wir Songs entwickeln? Wie geht das mit einer Klasse? Das ist sehr schwierig, diese oder diese Einsätze zu geben. Und dann bin ich bei Jonas zu Hause und haben das ausprobiert. Es war super toll. Und von diesem Moment an habe ich gefunden, das wird super. Und dann habe ich mir ganz viele Gedanken gemacht, wie ich das dann entwickeln könnte. Und habe mir ganz viele Szenarien und Übungen überlegt. Und als ich in die Schule gekommen bin, habe ich gemerkt, die bringen so viel mit. Ich muss jetzt einfach nur pflücken. Und so ist es gewesen. Es sind gerade schon beim zweiten Tag Texte gekommen, wo ich dann halt gerade eine Melodie dazu erfinden konnte. Das hat mich so inspiriert. Und so ist es eigentlich weitergegangen. Es hat sich eins ums andere ergeben. Und wir konnten eine wunderbare 15-minütige Performance entstehen lassen. Und wenn ich hier wieder kaufe, das hat mich vor ganz strongly empflegt, es hat mich nicht unter Selva, das hat mich gehomented. Und wenn du mal nicht so ziemlich gehart wird, und ich musste mich jetzt singen online zu sehen. Ich bin gespannt, tymstellbar. Das war ein presidentialiger youtubers. We can't finish all over my life I'm still standing We can't finish all over my life Yeah, yeah, yeah We can't finish all over my life We can't finish all over my life I'm still standing all freezes Ah, I'm still standing all freezes Das letzte Das ist gut Ja, nochmal Das ist cool Bei diesem Stück haben wir alle zusammen gearbeitet und alle unsere Ideen darin gebracht und alle dazu beitragen und das ist auch noch recht cool was wir als Kloster angestellt haben und auch beigebracht haben und auch unsere Ideen, so wie wir es hatten haben, haben können umsetzen Das Projekt war sehr vielseitig Was haben Sie am liebsten gemacht? Ich habe am liebsten gelötet Also, ich habe es einfach noch gut gefunden so genau zu arbeiten mit diesen Lötautomaten mit Anna mit der Uhr gemacht haben Also, es war lustig, wie es umgedreht und wie es umgedreht und wie es die ... Ja, einfach die Uhr machen Singen Also, ja, das ist eigentlich eher der Schluss aber ja, singen ist ja cool mit den anderen Ich habe gelernt mit einem Bohrer umzugehen Ich habe vorher nicht gewusst wie man die Schrauben so reinbohrt Ja, und einfach so technische Sachen habe ich auch gelernt wie man mit dem umgeht Ja Das Bauen Ja Das Basteln Ja Eins Zwei Fragen Schwierige Wesen heran Durchhalte der Reise Zeitmaschern 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 Wo sind wir? Eine Stimme von der Raum Antwort Antwort In der Zukunft In der Vergangenen Zeitmaschern Ja, dass wir das mit der Zukunft oder mit der Vergangenheit machen und wir discernen das vor in Zürich und wir haben das schön dekoriert und viel Arbeit nego Zusammensung bin ich da schon viel auch nervös Ja Ich weiss ehrlich, ob es bei mir so richtig gut wird laufen, weil ich denke, dass es sich so 2-3 Fails bringen wird. Aber ich kann mal nicht positiv daran denken und ich glaube schon, dass wir das Rocken werden als Klasse. Ich finde es cool, dass wir das mal zusammen angebracht haben und ich freue mich auf die Aufführung. Durch den Klima-Mudels gibt es mehr Journales wie Verschreibungen, Temperaturschwankungen und starkes Rocken. Da gibt es immer mehr und mehr Benütigung im Nachverfügtement. Ich hoffe, dass es schon sehr beeindruckt. Dass wir über das Klima sprechen und dass man es so powerfull zeigt. Ich freue mich auf den Samstag und ich bin stolz auf unsere Leistung. Ich hoffe, es kommen zu viele Leute. Aber ja, es wird sicher cool. Alles klingt wieder gut, wenn wir da nie wieder fallen, da können wir doch noch jetzt? Doch die Zeiten haben immer schon ohne Zeit. Denn wir nehmen und nehmen und denken, nie daran noch mal zu gehen. Denn wir werden und werden und nehmen und denken, nie daran noch mal zu gehen. Lass uns alles überdenken, lass uns alles überdenken, lass uns alles überdenken, lass uns alles überdenken. Jetzt sind wir kurz vor dem ersten Auftritt. Wie geht es Ihnen? Unglaublich gut. Sind Sie nervös? Nein. Das ist ein Privileg, das ich momentan nicht leisten kann. Gut gesagt, Robin. Schön, dass ihr alle gekommen seid. Zu unserer Vorstellung grenzt der Roba. Wir von der Klasse Atelier Gestalten Media aus Wetzigen haben während knapp zwei Wochen an der Elektronik von unserem Projekt rumgeschraubt und die Performance einstudiert. Die ganze Installation hat mehrere Lichtschranken, die verschiedene Effekte auslösen. Lassen Sie genau auf. Nach unserer 15-minütigen Performance könnt ihr auch gerne mal durchlaufen und selber ein bisschen ausprobieren. Viel Spass! Ich bin das, was ich bin. Ich bin mein eigenes Schöne. Ich bin mein eigenes Schöne. Ich bin mein Schöne. Gebet. worm, B Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal.